Hast du für dich schon den Sinn in deinem Leben erkannt? Hast du für dich schon selbst erfahren in dir drinnen, wer du bist, was du für eine Macht hast, was du für eine Göttlichkeit in dir drinnen hast, was du für Fähigkeiten und für Garten hast? Hast du das schon für dich erkannt? Machst du dich schon sichtbar damit? Gehst du schon raus damit in die Welt und zeigst dich und sagst, hey, ich bin hier. Ich bin hier, weil ich mich eins entschlossen habe, durch den Schleier des Vergessens zu gehen, in der Dualität zu erfahren, was es für Seiten gibt, wie sich das anfühlt und wo gehe ich jetzt hin? Was tue ich jetzt? Dein Weg ist der Weg wirklich auch vom Ja, der Weg ist das, zu erkennen, was dein wahrhaftiger Ursprung ist. Dein Weg ist das, dass du wieder bei dir ankommst, in deinem Herzen, dass du erkennst, dass all das, was du da draußen vorfindest, mit erschaffen hast, dass all die Realität aus dir heraus entstanden ist, aber nicht aus deinem Herzen, sondern aus deinem Unterbewusstsein. Aus all den Programmierungen, Konditionierung, aus all den Programmen, die über dich aufgelegt wurden, ja, die du im Endeffekt von Kindesbeinen an erfahren hast. Und du bist hier, weil du diesen Weg des Erwachen gehst. Du gehst den Weg, dass du immer mehr in dir selbst ankommst, dass du dich immer mehr beleuchtest und erkennst, was für eine Wahrhaftigkeit in dir steckt. Und das ist dein Weg, das ist der Sinn, warum du hier bist. Und das erreichst du nur, indem du beginnst, loszulaufen. Das erreichst du nur, indem du mutig bist und losgehst zu dir selbst, zu deiner Göttlichkeit. Und das erreichst du nur, indem du mit dem Weg bist. Das erreichst du nur, indem du mit dem Weg bist.